für 35 Franken ist nur so groß wie ein USB-Stick. Fakt, es gibt eine Menge alter Computer, die auf Dachböden, in Schränken und Garagen verstauben. Die Chancen stehen gut, dass auch sie einen herumliegen haben. Dieses kleine Gerät macht ihren alten Computer so gut wie neu. Es fährt ihren alten PC in Sekundenschnelle hoch und kann ein Backup ihrer alten Dateien erstellen. Ich zeige Ihnen sogar gleich hier, wie man es benutzt. Sehen wir uns zunächst an, wie viele Minuten es normalerweise dauert, bis dieser Laptop ohne Xtra PC hochfährt. Das war super langsam und kein Computer sollte so lange brauchen, um hochzufahren. Nun versuchen wir es mit Xtra PC. Sie brauchen keine zusätzlichen Downloads oder ein Abonnement. Dieses kleine Gerät ist alles, was Sie brauchen. Es sind keine Computerkenntnisse erforderlich, stecken Sie es einfach in einen beliebigen USB-Anschluss wie diesen hier. Starten Sie Ihren Computer und folgen Sie den sehr einfachen Anweisungen, die mit Ihrem Xtra PC mitgeliefert werden. Und schon geht es los, super schnelles Starten und Ihr PC arbeitet jetzt so schnell wie ein neuer. Xtra PC arbeitet unter Umgehung des ursprünglichen, veralteten und langsamen Betriebssystems des Computers. Stattdessen läuft es auf einem modernen und ultraschnellen Linux-Betriebssystem, das sich auf dem Xtra PC selbst befindet. Das bedeutet auch, dass Sie die langsame, kaputte oder gar fehlende Festplatte in Ihrem alten Laptop oder Computer gar nicht erst verwenden müssen. Sie werden immer noch in der Lage sein, auf alle Ihre Originaldateien zuzugreifen. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr PC eine solche hat, ist das kein Problem. Es ist für Xtra PC nicht wichtig. Xtra PC ermöglicht es Ihnen, Ihrem alten Computer neues Leben einzuhauchen, egal wie langsam er ist. Es ermöglicht Ihnen, ihn noch einmal so zu genießen, wie er war, als Sie ihn gekauft haben. Dabei bleiben alle Bilder und Videos, die Sie auf Ihrem PC hatten, intakt. Computerreparaturwerkstätten verlangen von Ihren Kunden hunderte von Franken für einen ähnlichen Service. Sie drängen Sie dazu, einen neuen Laptop oder Computer zu kaufen, was natürlich noch teurer ist. Doch nun kommt der Xtra PC. Entwickelt von einem Vater-Sohn-Team, direkt hier in der Schweiz. Sie verkaufen sie weltweit zu einem erschwinglichen Preis, der viel billiger ist als der Kauf eines neuen Computers. Die Leute verwenden diese Technologie auf alle möglichen Arten und auf allen möglichen Computern. Besonders beliebt ist es bei Leuten, die einen alten Laptop herumliegen haben, den Sie Ihren Kindern schenken wollen. Das macht Sinn, denn mit diesem Gerät können Sie Ihrem alten Computer ein zweites Leben geben, ohne ein Vermögen für einen neuen auszugeben. Wir haben tonnenweise Nachrichten von Leuten bekommen, die sich mit Computern nicht auskennen, aber jetzt wieder Spaß an ihrem Laptop haben können, ohne eine halbe Stunde warten zu müssen, bis er hochgefahren ist. Außerdem probieren einige Schulen sogar Xtra PC. Damit können Sie im Rahmen Ihres Budgets ein ganzes Klassenzimmer mit neuen, blitzschnellen PCs ausstatten. Xtra PC ist leicht und einfach zu transportieren. Sie können es sogar auf verschiedenen PCs verwenden, sie sind nicht auf einen Laptop oder Computer beschränkt. Es basiert auf einem Linux-Betriebssystem, was es sicher und einfach zu bedienen macht. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Ihr Computer von Viren befallen wird. Das wirklich tolle an Xtra PC ist, dass die Pro-Version sogar eine Software zur Wiederherstellung von Dateien enthält. So können Sie die Originaldateien von Ihrem toten PC wiederherstellen. Was es Ihnen erlaubt, die alten Familienvideos oder Bilder wiederzuherstellen. Und, was am wichtigsten ist, sie für die Zukunft sicher aufzubewahren. Es ist ziemlich verrückt, wenn Sie darüber nachdenken. Wie auch immer, lassen Sie uns über den Preis sprechen. Wir haben es hier mit einer sehr fortschrittlichen Software zu tun. Ein neuer Desktop oder Laptop kann leicht über 1000 Franken kosten. Aber dank dieses kleinen lokalen Familienunternehmens ist der Preis für einen neuen PC so niedrig wie nie zuvor. Wenn Sie jetzt auf den Button klicken, bietet Xtra PC einen Rabatt von 40%. So können Sie dieses Computer-Wiederbelebungsgerät für fast die Hälfte des Preises bekommen. Xtra PC kommt mit einer 100% IGEN-Geld-Zurück-Garantie. Wenn Sie also aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, lassen Sie es uns einfach wissen. Innerhalb von 30 Tagen erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis, ohne dass Ihnen Fragen gestellt werden. Wenn Sie einen alten PC herumliegen haben und ihn wieder in einen blitzschnellen PC verwandeln wollen, für den Sie hunderte von Franken bezahlt haben, dann testen Sie Xtra PC noch heute. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und holen Sie sich Xtra PC mit 40% Rabatt. Vielen Dank!